ein wunderschönes mal meine freunde willkommen zurück der letzte minecraft anderen der xbox 360 mit vortex rp wollte ich sie gerade versprechen aber da habe ich bin ich bin ich bin ich greife die attack hier noch an ey was ist dein scheiß fucking problem ach die spinnen sind doch süß warte warte was steht da von meiner haustür dit scharf oh mein gott sogar mit dem hälften in der tür drinne heftig albtraumfaktor zuerst mal sand reinschmeißen und ich wieder glas bekomme hast du nicht sand oder brauchst du noch naja ich habe erstmal genug guck mal du hast ja auch genug guck mal du farmst ja die ganze zeit sand ja was kann ich dafür ja guck mal jetzt habe ich schon wieder so eine kleine ebene hier so einen kleinen nebenraum da brauche ich oben noch so ne so ne so einen krassen dach was auch noch so schräge sein wird richtig krass ist da voll krass digger digger voll krass äh da scheiß ich da doch jungen mach ich mal den Weg nach unten was ist hegel was ist ein fucking problem bleib mich weg ja so jetzt machen wir jetzt mal wieder so einen balkon würde ich mal sagen dann bauen wir mal wieder so einen fixen balkon fertig soo danke sehr danke sehr sehr schön die bauen dann so breit hab ich dickes fettes trüe genau so ja dann brauchen wir jetzt mal so einen fetten balkon hier oben damit man auch so einen schönen ausblick hat ja oder schön doch nein danke was frag jemand frag jemand anders ich meine an dich nicht wie denn sonst bin der einzige der noch hier ist die du noch nicht verkrault hast ich meine ich meine alter alter warum wieso sagst du sowas du hast doch sonst nicht so das stimmt nicht ah warst mal cool alter du warst mal cool ich bin immer noch cool so jetzt brauche ich mir erstmal irgendwie so ein dach genau irgendwie so ne ja so sieht das auch scheiße aus wird vor allen dingen nicht halten wird vor allen dingen nicht halten warum lieber kann es auch mal ausprobieren so jetzt brauche ich es mal wieder so ne so ne so ne ah scheiße musst du weg fangen wo kann es sagen wo sind die dinge du äh ganz ehrlich in minecraft hält das bam bam hier hält auch alles kannst du auch einfach in der luft anfangen schloss zu bauen warte 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 idee 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 das ne ganz jetzt Bauart fettes junge Bauart fettes einfach mal einfach mal so in die luft wo man einfach nur hin kommt durch eine erfasser verbindung die dann wo er reizefältig aus dem klo wieder rauskommt hehehe Das ist jetzt schon wieder... Challenge accepted! Perfekt, nochmal ran. So, anschauen sich das ein bisschen realistischer aus. Ich könnte mir vorstellen, dass du das wirklich machst. Warum nicht? Dass du das so machst und dann so ein Klo baust und dann... Ja, so ein Weg nach oben, so ein Wasser, Wasser nach unten läuft, so ein Wasser von oben so nach unten, wo du dann so als Fahrstuhl hochkommst. Ja, ja. Und nur, dass du rauskommst, wirst du dann aussehen, als wirst du in der Toilette geschwommen. Genau, und auf dem Schild schreibst du dann... Ja. Ja, du kommst zurück, Scheiße. Du hast einen sehr langen Weg zurückgelegt, um wieder hier hochzukommen. Wie hast du das? Bewältigt! Ich meine, ohne Arme, du bist doch nur auf dem Scheiße. Oh, Flashlight, das wird grad hell. Oh, hm, ja, ne? Ob ich trotzdem auf mein Bett komm? Niemals! Oh, komm, hat perfekt gereicht hier. Hat perfekt gereicht. Hat perfekt gereicht. So, jetzt gehen wir... Achso, ich kann den Fackeln hier auch platzieren, damit es ein bisschen heller wird hier ungleich. Licht, es wird Licht. Fahrstuhl nach unten. Ding, voll. Lass ich das so, ich bin dann überlegen. So, ich hab das hier ein bisschen dicht gemacht. Ein bisschen Signall-Light hier überall. Auf jeden Fall würde ich noch Glowstone hier oben in die Ecken platzieren, so. Mach ich erst mal so Fackeln hin, damit ich wenigstens ein bisschen nicht hab, mach ich jetzt mal so ein paar Fackeln hin. Weil sonst ist es doch ein bisschen doll dunkel, ne? Ach, siehste, genau, ich mach mir jetzt auch jetzt mal Fackeln hin. So, guck mal, hier sieht das schon mal schön aus, jetzt ein bisschen mehr. Nice! So, wollen wir denn das Schwert? Da ist das Schwert. Ich weiß auch nicht, ich drück immer zweimal X-Dodon. Ich drück zwar eigentlich, ich denke eigentlich, ich drück nur einmal X-Dodon, aber irgendwie drück ich dann zweimal. Auf einmal ist das Schwert auch wieder im Inventar drin. Ja, das hab ich zur Zeit an Down gehabt. Gott, so wie ande! Sonne, Scheiße! Wer will denn sowas haben? Keine Ahnung. So, geht damit und weiter geht es. Wir machen jetzt mal die unterste Ebene hier fertig, ne? Ach, Quatsch. Da ist das Ding. Bei mir ist es immer richtig wichtig, dass ich erstmal die unterste Ebene fertig habe. So, dass da kein Creeper oder so ein Scheiß durchgucken kann. Keine Creeper. Ja, weil ich mach die Dinger nicht. Die blowen alles weg. Einmal nur Boom, tot. Alles, Matsch. Einmal nur alles, Matsch. Aua, scheiß Kaktus. Oh nein! Nicht Kaktus. Doch, Kaktus. Du kannst aus Kaktus so einen Zaun bauen, oder nicht? Würde die Creeper nicht mehr durchkommen. Gute Idee. Ich glaub Kaktus, die produzieren die auch immer weiter. Ich glaub, die werden auch immer wieder größer, ne? Ich glaub ja. Habe ich noch nicht gemacht, das ist gerade so die Frage. Ach ja, wenn du noch Sand hast, durfte ich das an den Arm so ein bisschen? Ja, 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 ja. Müssen Sand einfach mal so im Ofen reinbringen. Ja, das ist halt so meine Kiste, so. Ja, komm noch mal vorbei, ne? Ja. Jam, jam, jam. Weil ich brauch halt noch ne Menge Glas, ne? So. So, jam. Ich hab ja genug Sand. Du farmst da hinten auch oben. Ich hab genug Kies. Du farmst da hinten auch oben. Ich hab genug Kies in der Tasche hier. Genau. Ah ja, aber da hab ich genug Haschisch in der Tasche. Du weißt ja, hast genug Haschisch in der Tasche, hast du immer was in der Tasche. He 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 he. He 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 he. Binde ab Bitschis. He, du bist heruntergefallen. Wie bist du heruntergefallen? Du nimm mal hier so ein Stack mit, ne? Ja klar. Voll fresh. Wieder raus. Wie bist du heruntergefallen? Ja, aber auf einmal bei, wir haben noch so einen Block. Ach guck mal, eigentlich diese Abkürzung ist eigentlich sinnlos, ne? Welche? Die hier. Ja. Hier geht man sowieso nicht lang. Genau. Man, wenn man es schafft, dann müssen wir uns auffassen die Lieder. Jetzt kommt. Na gut, haben wir halt die Dinger abgenommen, wieder platziert. schlimm holz für mein dach ich will jetzt mal mein dach fertig machen ich weiß gar nicht, ich glaub das will ja auch stein bauen mein dach ja ich baue doch aus stein weil eigentlich wollte ich so aus holz bauen dann würde man sagen man hat doch die bau aus stein nein der böse kaktus der böse kaktus ist ne mit dem der kaktus hat mir grad da sind diese ähm äh ah das ist stache dafür kannst du nicht zwei nebeneinander direkt platzieren ne ich mein ich wollte gerade so ähm platzieren und auf einmal hat es prüft gemacht also äh gepiekt oder? ne zwei sind also hier zwei sind ja drei ist ja drei hoch ja und in der Mitte habe ich abgebaut also das oberste habe aber nur einen bekommen wie jetzt? ja der zweite ist drauf gefallen und weg war ja der ist drauf gefallen auf kaktus und weg war ja der war einfach weg komisch ja finde ich auch komisch aber wenn man da soll man da ist nicht erwartet auf einmal in die fresse in die fresse ja aber Peter Griffin sollte ich pengen voll in die fresse 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 hör auf zu schreien, du kannst mich gar nicht verstehen pengen voll in die fresse pengen voll in die fresse der ist so gemein, ne? ja, 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 so ist er, ne? der Hund, der riss gemein der Hund wiff wow, wieso so ein schwuler Köder äh, wurf ja, ja dumm, 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 dumm ähm, so bin allein scheißegal, lalalala äh, wie kommst du auf einmal diesen scheiß? hab dich grad so im Kopf? äh, bin allein scheißegal, lalalala ach, da hab ich mir das neulich mal wie angeguckt was ist denn das? man, äh, diese, äh, silent hill ah, silent hill ah, ähm, äh, das weiß ich wie der lol, James ja, 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 ich weiß wie der äh, ich weiß den scheiß wie der äh, hab ich mir doch nicht mal alles angeguckt was ich dann so auf dem Handy hatte ja, aber man, hast du auch auf dem Handy? ja scheiße, Mann ist aber komisch drauf warum? so, äh, das hau ich erstmal wieder oben rein hier, hab ich wieder Glas bekommen ist halt voll fresh, ne? scheiß, ja, keine Kohle mehr hier drin, ne? kohle produzieren ich brauche jetzt mal ein bisschen gestohlen gestohlen? ja, gestohlen warum bist du gestohlen, Junge? gehst du zu bestehlen, gestohlen, Junge? so, warum wir jetzt noch ein Holz umkraften ja, dann kommt das wir jetzt für die nächste Ebenen wieder sein na, sieh zu also, über Sand kannst du dich hier nicht beschweren, du? ja, du nicht! äh, hallo, guck mal hinter dein Hut hier! ja, ich baue das ja nicht ab, du! das soll ja immer noch schön aussehen hier, ne? das sind ne million tonnen million tonnen, ey, aber wo rechnest du denn den scheiß aus? ein, zwei, drei tonne, oder? ja! warte, guck mal hier! nein! eine tonne ja, guck mal, ein Block ist eine Tonne eine Tonne, zweite Tonne das ist ein Meter mal ein Meter Block aber ich will einen halben Meter eigentlich will zweieinhalb Meter Haus bauen ja, das kann ich schon mal vergessen ok scheiße, komm ich wieder nicht hoch? jetzt komm ich hoch und dann wieder hier rüber bumm so wie hoch brauchst du das denn überhaupt? I don't know I don't know zack, zack, zack so, lassen wir einfach mal so und dein Gehirn ne ha, ha, ha das ist ne andere Geschichte du wurdest getisst, Peach so, jetzt kannst du schon wieder hier durch was, ich wurd getisst jaaa boah dick boah da versagt die Stimme auf einmal ach du scheiße wer kackt der hier nur ab du ja, so einen halben Herzenfaktor uuuuuh du ist tot ob ich denn den Notarzt rufen soll? ok du hast Geld ok ich hoffe Titanfall und dann geht weiter genau ach ja, ich will mal wieder Titanfall kaufen ich weiß noch nicht wann aber irgendwann bestimmt es gibt soviele Spiele ich nur haben will ich will eigentlich erstmal so man muss doch nicht gleich kaufen wenns rauskommt man auch ich will Dead Rising 3 war haben ich will Dead Rising 3 haben ich will Dead Rising 3 haben das gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr wirklich komisch wo es rauskommens gab es das Day One Edition gab es den Scheiß real und überall gesehen und jetzt auf einmal gibt es das nichts mehr zu kaufen das wurde wieder rausgenommen worden aus Deutschland Böses Deutschland wurde wieder rausgeschifft wollt keiner haben oder wat hier ne am Arsch Böses Deutschland ja kaum habe ich den Warnern so einen Scheiß wenn wir das kaufen gibt es nicht mehr ja das ich glaube ich werde jetzt mal demnächst wie ein GameStop gehen und sich mal drauf anquatschen warum das nicht mehr haben oder ob sie es ran schaffen können warum habt ihr es nicht mehr ich bruche ich ein bisschen Stoff Alter könnt ihr es mehr ran schaffen oder was willst du was willst du haben Digga nicht nein ich will nicht schon die Dead Rising 3 Hand gehört oder was du verstehst mich oh du so ein bisschen Kaktüs für die Mäu für die Mäu für die Mäu Mäu kannst du gar nicht eine Mauer bauen damit oder doch eigentlich kannst du aber so eine Art Labe Rind bauen glaube ich aber ich werde mal gucken und selbst wenn die kommen nicht die kommen nie gerade durch äh durch die Kaktusse na dat wollen wir erstmal sehen ich bin auch gerade durchgerannt und habe mir weh getan ooooh ich habe böse aber gemeint du bist du zwischen den beiden Kaktusen oder wat ja ja weil wenn nicht kommt da durch ohne irgendwie angehütet zu werden du bist ja auch anders ey ich kann es dir zeigen das ist einfach total einfach du bist anders merkst du bäm 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 so die Beine oder wat ne da ist auch kein Wunder da kommt es auch locker durch wow alter da sind zwei Blöcke aus wo sind deine anderen Beine wo ist die denn warte platzier schnell ja muck der so so creeper rennen aber nicht mehr gerade so wie wir ne wow creeper rennen nicht gerade so wie wir wie hat er den gemacht ach halt doch die Schnauze aua au du Nazi hau ab verpiss dich aua verpiss dich jetzt oh du Schlampe verpiss dich gib mein Schwert wieder her alter so ach so scheiße du Schlampe da ist noch deine Kakteen dabei du Schlampe ja tut mir leid ja nix tut dir nix tut dir leid ja tut mir leid ich schluch ich schluch ich schluch du bist ein bisschen ich schluch du bist ja echt mann wie hab ich das denn ah ein bisschen aaaah ne echt du du Schlimm mein Kaktus ist ja noch hingestellt ne da hattest du noch zwei gehabt ich geb dir gleich Kaktus soll ich nicht wieder töten oder was stell das aus das ist schwul ja ja mach ich schon chill mal nein man das ist schwul bleib mal geschmeidig man das ist trotzdem schwul bleib mal kuschelig ok 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 ja ja ne ja ja mi ja du mich mal auf de jetzt guck dir mich schnell so scheiße an was ist denn los mit dir aber nimmst du da kommst du noch oben ein ich hab dir in die Nase geguckt muss man sauer machen scheiße da sind Zweck drin hallo wie kommst du da rein ich bin Asilini hakeleine Bruder von Dottelini Taddeos Dottelini da rennt jetzt ja aber natürlich das dein voller Ernst Raffelie aber natürlich wieso darum ne nicht darum na warum sonst ja 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 jetzt auf einmal ich bin unentschlossen ich trau mich nicht das ist doch ich Mami hat mich immer gehauen das ist ein Gerüchte das ist ein Gerüchte das ist ein Gerüchte kann nicht sein woher meinst du das hätte der Teufel gesagt das hat dir das Teufels verraten das Teufels verraten genau komm ja perfekt und runter nein geschafft geschafft ohne Leben zu verlieren verdammte scheiße verdammte nicht nicht von dir ach ja und wieder die nächste Ebene Croft so nochmal 2,3 da fern ähm warte 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 scheiße verdammt nochmal das ist die Scheiße immer so falsch dankeschön dafür kann ich nicht zack zack was fragst du mich ich kann nicht dafür wenn du alles falsch platzierst ach du Du, ne? Du, wie ich dich schon sehe. Was? Genau, genau den meine ich. Ach so. Genau den meine ich. Wen? Dich. Ach so. Du. Du, Arschloch. Du bist hier das Arschloch. Ja, ich bin hier. Du hast mich getötet. Warum bin ich denn immer Arschloch, Junge? Ich hab dich doch nicht richtig getötet, Junge. Ich hab dich auf rumzujammern. Du hast mich getötet. Ich hab dich nicht getötet. Ich bin gestärbt, Mann. Ja, genau. So, ich würde mal sagen, wenn ihr erstmal diese Folge von Let's Play Minecraft Unending Spons 63 mit Watax AP. Du hast mich auf dem Gewissen. Ja, auch immer noch. Auch drei, meine Freunde. Tschüss.